Jetzt im Vergleich die Argento Shell Rockets Kaliber 34 Millimeter gegen Kaliber 38 Millimeter. Jetzt die Argento Shell Rockets Kaliber 34 Millimeter, immer zwei Stück gleichzeitig. So und jetzt die letzten beiden 34 Millimeter. So und jetzt zum Schluss noch die 38 Millimeter im Vergleich. So jetzt der direkte Vergleich, wir haben jetzt hier Kugel Shell Rockets 38 Millimeter von Argento. Und die nächsten beiden. Also ich finde auf jeden Fall extrem lange Standzeit und sind schon besser als die 34 Millimeter. Und jetzt die letzten beiden. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020